Orthesen und Bandagen haben sich in ihrer Art, in der Funktion wirklich von den Ägyptern bis jetzt eigentlich nur modifiziert. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass man mit Fast Protect einfach komplett neue Wege geht. Was wollen wir denn haben an eine OSG Orthese? Das sind verschiedene Anforderungen. Das soll stabilisieren und zwar wie gesagt beide dieser Gelenkkomplexe. Es soll gleichzeitig möglichst ungehinderte Bewegung ermöglichen. Es soll komfortabel sein und es soll auf jeden Fall Rezidivprophylaxe sein. Also Therapie, aber auch Rezidivprophylaxe. Mit Fast Protect habe ich eigentlich einen Brückenschlag zwischen starren Hilfsmitteln und Hilfsmitteln, die Bewegung provozieren oder die für Bewegungen gemacht sind. Eben ergänzt um die Komponente Zeit. Aktuell, überspitzt gesagt, gibt es zwei Optionen. Es gibt einen Karriere-Neubeginn, im Leistungssport spricht man von der Karriere, im normalen Hausgebrauch spricht man von Freizeitsport oder man lässt es einfach bleiben. Darüber hinaus gibt es jetzt einfach einen dritten Weg, der theoretisch sich auftut und neue Möglichkeiten damit aufmacht.